also ladies and gentlemen entweder wir gehen heute kaputt oder wir machen heute kaputt rang 1 week-end-lick rots oder hallo dankeschön burger für den verschränkten sub mein bruder der arbeit rang 1 cool die menschen du holst rang 1 damit du einfach nicht mal ein walkout bekommst so kommt chat ja das waren sehr gute rewards sage ich oder chat wir gehen die kappen pack rein digga bro scheiß drauf so trailblazer ronaldo wahrscheinlich der deutschland brand ach du scheiße digga ich mein ich wüsste ich wüsste was ich meine mit battle pass man weg damit digga wo er es gepackt wer ist das pop vielleicht sogar pop walkout aus dem bremio gold pack ich schaffe ich schaffe das nicht 1 2 1 2 1 nein mein gott oh mein gott ich habe vergessen was ich aufgemacht habe trailblazer das ist malta erstes ultimatives pack aus rang 1 week-end-lick rots ja mcgul oder 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 musiala mcgul der block out kato to ok dynastie spieler larson larson dynastie chat ich bin der wl erst so krass ok warte ich teste mich alles egal so wartet nein wieder larson nee doch larson icon und mon die ne als maul ey wir reden über sie dann ich ziehe sie dann chat wir gehen rein polen paschort nee chesny chesny und son ab oder weg damit digga okay wir gehen rein die wachspalt zwei noch mal untradable ja guck dich an modric okay doppel walkout wer ist denn der andere dahin das mit den augen das mit den augen wer ist der andere wer kommt von rechts robert robert levon goet ski okay er geht rein das neue 500k pack mit 3000 points zwei garantierte dynastie karten garantiert aber keine icon glaube ich das ist wir wollen sein sohn wir wollen sein sohn wer ist dahinter ist das oh mein gott lars und so was geht aber hier brogen aber hier oder achte scheiße okay kommt italien die frau ja jetzt jetzt paulo martini wartet an alle reichen es ist wartet er noch eine gezogen chat eiken oh mein gott bruder oh mein gott bruder lars was ist das wachreich oh makalele centurion und es ist ein w ey die ziehen die ganze zeit base makalele obwohl der man eine centurion karte hat digga holland wieder von der saa wieder von der saa sehr nice nimm mal mit 100 prozent gute karte ist kein bruder die centurion sieht man irgendwie gefühlt gar nicht okay warte aber für von kappel auf chat warum er für kappik nein larsson 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 eiken nein die eiken ist vor der normalen karte 1 2 wartet oh mein gott bruder mondi mondi euer gutes pack eigentlich okay wartet 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 es ist immer sein ist bruder digga es ist immer sein ist bruder aber dieser keine eiken frankreich vorwart ah als sie dann er hat dann gezogen und oh mein gott er ist der meist gezogenes spieler in diesem spiel und van dijk aber er zählt bessere ev als van dijk komm bitte brasilien oder ms van dat wo das der dritte vater seite netzett hauen wenn die falle saß noch tätiger hauen wenn die bruder brauchen wir wirklich so ein r9 langsam ne nein nein nicht er nicht er oder das rl chapo bruder rl chapo nein erneut brauchen wir rl chapo kein eiken ist respektlos sage ich holland oh nein der cousin digga oh cousin von harland das ist so komisch was zu sagen weil der cousin von harland wer ist dahinter mondi sage ich er hat irgendjemand schon eine gute karte gezogen chat wartet dass sie dann dass sie dann dass sie dann ich schwöre chat die haben in jedem pack die reingemacht ein mondi für dich ein mondi für dich ein mondi bruder er hat zwar echt viele walk-out gezogen digga aber zum mondi den sich öfters keine ahnung was der mich beim beispiel ein so auf die ich den oh wartet eiken was ist dann frankreich dm vielleicht centurion die gab russland ja schien ja schien ja schien ja schien und 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 Ich brauche irgendeine Beleidigung, Chat, Digga, was ist das, wer ist das, ZTM, Lena, Lena Oberdorf, nein, das ist Rodri, das ist Rodri mit, natürlich, mit wem denn sonst, Chat, mit wem denn sonst, ach, Digga. Ich kann das nicht. Wir sind auf dem RTG Account. Nein, nein, Pillay, Pillay. Sochrates, lass ich liegen Sochrates, ich kann schon gar nicht tun, ich kann schon das, Bro. Ey, warte mal, wer ist das, was aber angestellt? Was ist das? Das ist Jan Sommer